Ich heisse Ali Erdöck, ich bin 49 Jahre alt, seit 13 Jahren, ich arbeite bei Späterstahl und unsere Arbeitgeber, unsere Kunden sind alles top mit Herz, ich wirklich mache die Beruf, ich freue mich weiter machen die Beruf und wir sind alles in Frieden mit unserem Kunden, das ist alles bestens. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.